Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL-Farm im Landwirtschaftssimulator 19. In der letzten Folge habe ich ja schon etwas vollmundig angekündigt, dass wir vermutlich in dieser Folge mit dem Mais häckseln anfangen können. Eine Sache habe ich dabei allerdings nicht bedacht. Wir müssen noch spritzen. Wir haben nämlich das Unkraut aktiviert und deswegen werden wir uns jetzt mal schnell eine Spritze kaufen. Pflanzenschutz, nämlich die alte, die wir... Och du Scheiße. Die ist etwas teurer, als ich dachte. Was hat die denn für eine Arbeitsbreite? 27 Meter, 48 Meter. Na, wir haben so ein großes Feld. Ich glaube, wir sollten das größte nehmen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, die tatsächlich erstmal nur zu mieten. Was würde die denn gemietet kosten? Weil die brauchen wir ja wirklich nur einmal ganz kurz. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Dann mieten wir die. Und dann kaufen wir uns noch ein bisschen Pflanzenschutzmittel. So. So, das, äh, da werde ich mal ein paar Tanks kaufen. Und dann werden wir heute in der Folge zum einen das Feld spritzen, zum anderen aber auch nochmal, ähm, Heu hier einfahren und dann zu den Kühen bringen. Das habe ich nämlich in der letzten Folge ja nicht mehr geschafft. Das war ja sowieso schon mit Zeitraffer und sowas. Da waren wir schon knapp dran und das hat dann nicht mehr reingepasst in den Zeitplan. Ist auch kein Problem. Ich würde sagen... Wir starten das Ding, laden über und wenn das dann voll aufgeladen ist, dann können wir starten. Ich habe mir kurz vor dem Video hier noch ein Video angeschaut. Also für alle Live-Zuschauer. Huch, ich glaube, das wird, äh, im neuen Jahr wird das brenzlig beginnen. Ich glaube, ein paar Ideen von uns kamen nicht ganz so gut an, da habe ich das Gefühl gehabt. Aber, äh, wir werden das sehen in den nächsten Folgen. Aber ich wollte mich schon mal darauf vorbereiten, mental. So, aber das nur dazu schnell. Jetzt würde ich sagen, warten wir, bis das hier komplett aufgeladen ist. Und dann fahren wir das und dann werde ich vielleicht ein Teil selber spritzen. Aber ich glaube, ich werde nicht den Großteil schaffen, weil wir halt gleichzeitig noch hier einfahren müssen. Dann fahre ich lieber ein. Das kann ich ja nicht automatisieren. Ähm, und lasse den Helfer dann vielleicht noch einen Teil des Helfers, äh, ja moin, äh, des Feldes machen. Sodass wir das dann auf jeden Fall fertig bekommen. Und, äh, ich glaube, ein bisschen was müssen wir noch aufladen. Und dann, äh, sollten wir, äh, so, jetzt ist er, genau. Dann sollten wir in der nächsten Folge dann wirklich anfangen können. Vielleicht schaffen wir es sogar in dieser Folge schon, das Equipment, äh, zu kaufen. Aber ich verspreche mal lieber nichts, weil immer, wenn ich was versprochen habe, dann habe ich es irgendwie dann doch nicht so ganz halten können, beziehungsweise nicht in dem Zeitrahmen halten können. Ich vibere selbst schon total darauf hin, dass ein riesiger Maisberg, ähm, oder gehäckseltes, ähm, Maisgut, äh, dann da entstehen wird. Können wir hier links fahren? Ja, ne? Ah, Moment, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen woanders abbiegen. Mal kurz schauen, obwohl wir drehen können. Wir müssen hier vorne fahren. Schnell Warnblinker anmachen. Und ganz wichtig, wenn wir hier, wird von euch immer wieder angemerkt, Ansgar, mach doch die Rundumleuchten an, wenn du fährst. Mach ich jetzt. So. Und dann müssen wir, glaube ich, hier in diese Richtung. Das sieht gut aus. So, Feld 2 ist auch unseres. Ah, das wusste ich gar nicht, siehste. Dann können wir da ja bald schon dreschen. Oh, das ist aber jetzt eine Doppelbelastung. Ich habe das komplett vergessen, dass wir noch Feld 2 haben. Was ist denn auf Feld 2? Das ist, äh, das ist ja interessant. Ähm, da ist jetzt zwar Unkraut drauf, aber da das die letzte Wachstumsstufe ist, ist das auch gar nicht mehr so interessant. Da ist der Zug sowieso schon abgefahren. Es ist Gerste. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Gerste zu Geld. Das wäre ja totaler Quatsch, das jetzt, äh, vergammeln zu lassen. Und wir haben sowieso den, den Mähdrescher ja noch, der überhaupt nicht in Betrieb ist. Äh, das ist ja jetzt ein ganz neues Programm, was ich mir jetzt hier ausdenken muss. Okay, dann ist das eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt noch alles schaffen. Aber ich werde mich bemühen, ähm, möglichst viel zu schaffen. Es wird auf jeden Fall, ihr seht, XXL-Farm-like ist heute wieder unglaublich viel zu tun. Aber das kennen wir ja nicht anders und das, äh, ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Reiz hier an der XXL-Farm. So, und Dann, ähm, ich glaube, da hinten gab es auch noch eine Möglichkeit, da reinzufahren, nicht wahr? Aber der Mais steht dicht, steht gut und sollte eigentlich auch ganz gut gedüngt sein. Müssen wir mal gucken, ob er es wirklich ist, aber das werden wir ja gleich sehen. So, ich sitze wieder ganz bequem hier in meinem Stühlchen und wollte eigentlich noch auf ein paar Kommentare vorne eigentlich eingehen. Jetzt habe ich das gar nicht, äh, mehr, äh, offen. Mache ich aber dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal. Ähm, es gab aber sicherlich auch noch ein paar Themen. Och, der Blinker ist schon wieder an. Ich vergesse immer den Blinker an, äh, auszuschalten. Ähm, es gab auch noch ein paar Themen, die ich noch so ansprechen wollte. Aber erstmal konzentrieren wir uns jetzt hier auf die Pflege des Mais. Ähm, naja, ich fahre jetzt mal hier durch. Ist ja Pflegebereifung. Sieht man nix. Seht ihr hier, ne? Kann man auch mal ein bisschen so fahren, wie mal, wie ich das jetzt gerade mache. Ich habe extra, äh, bis zum Morgen vorgespult, dass es nicht, oh, der, der Sonnenaufgang ist ja ganz nett hier mit den Wolken. Sieht ihr echt, das schmeckt. Ich habe aber extra, äh, ein bisschen nach, äh, zum Morgen vorgespult, dass es nicht ganz dunkel ist. Ich finde das wirklich schrecklich. Habe ich ja schon öfter mal gesagt. Wenn das, ähm, Video, was man sich da anschaut, äh, naja, komplett dunkel ist. Ähm, aber ich habe mich nicht getraut, das wesentlich weiter vorspulen zu lassen, weil die Gefahr, dass dann die nächste Wachstumsstufe erreicht worden wäre, wäre sehr, sehr groß gewesen. Und das, äh, war mir dann doch etwas zu groß, das Risiko. Leute, 48 Meter, das ist schon eine ganze Menge, ne? Merke ich doch immer wieder, wenn ich mir das so anschaue. Sind schon einige, hoppala, Bahnen mit dem, heute sind aber immer wieder ganz spezielle Weihnachtsfahrkünste hier unterwegs. So. Äh, das merke ich immer wieder, wenn ich mit dem Teil hier unterwegs bin. Also es sind einige Saatbahnen hier mit dem etwas schlechten, äh, mit der schlechten Sämaschine. So. Jetzt geht es hier einmal übers Feld. Vielleicht schaffen wir es sogar komplett, das selbst anzusehen. Das würde uns natürlich finanziell etwas entlasten. Ich meine, klar, wir haben hier nicht so den finanziellen Druck, wie bei Felsbrunn, dass wir immer genau darauf achten müssen, wie wir das machen, wie wir das finanzieren und so weiter und so fort. Wir haben aber, ähm, auch nicht unbegrenzt viel Geld, weil ich glaube, das ist dann irgendwann auch ein bisschen witzlos, äh, wenn man so ein Projekt, wenn man sich da immer, äh, Geld zuschiebt. Ein bisschen was müssen wir nochmal, äh, an Kredit aufnehmen für die Maschinen zum Häckseln. Das lohnt sich nicht, die zu kaufen, das wird viel zu lang dauern. Ähm, also das wird dann auch zu teuer einfach. Äh, dafür werde ich nochmal ein bisschen Kreditgeld aufnehmen, aber dann versuche ich es auch, ja, in etwa dabei zu belassen. Es ist natürlich immer schwierig, so die Balance zu finden zwischen neuen Maschinen, die man immer gerne auf dem Hof haben möchte und, äh, ja, dem finanziellen Ausgleich. Aber wir werden das schon alles hinbekommen und wenn wir jetzt bald die Gerste ernten, dann wird das sicherlich auch nochmal eine schöne Sache. Vielleicht könnte ich ja währenddessen schon mal den, ähm, Mähdrescher drauf loslassen. Das wäre vielleicht gar nicht so übel. So. Wer sich jetzt fragt, was ist da im Live-Projekt passiert? Äh, das muss ich mal kurz erklären. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie zu großen Trigger hier mache. Ähm, die, einige von euch wissen ja, dass es den Pferdehelfer gibt, äh, für den LS19 und den hatten wir eben auch im Live-Projekt. Wir haben uns aber natürlich nicht getraut, den dann zu nutzen, bevor wir da nicht das offizielle Go hatten von der Bürgermeisterin und, ähm, ja, das hat der Konkurrent jetzt rausgefunden im Spiel und, äh, das, äh, ja, wird, glaube ich, lustig. Muss ich mich warm anziehen. So. Okay, das Unkraut wird auch alles ordnungsgemäß abgetötet. Jetzt ist es aber schon ein bisschen schwierig, das zu sehen. Ich werde jetzt mal den Helfer hier drauf loslassen, glaube ich. Auch wenn du nur wenige Bahnen machen musst. Aber dann schaffen wir eben noch heute ein paar andere Dinge. Bin ich da jetzt. Und der Helfer kann das relativ effizient hier lösen. Ich finde das echt schwierig zu sehen, wo man schon war und wo eben nicht. Also dafür wäre der GPS-Mod halt extrem gut. Weil jetzt gerade so, also, ist es dunkel. Wir haben eigentlich keinen Überblick. Selbst wenn wir hier, ähm, Partybeleuchtung am machen, seht ihr? Wir sehen eigentlich kaum was. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den Helfer draufsetzen. Werde jetzt ganz, ganz flott in den Mähdrescher springen. Den Motor starten. Was, wie sieht eigentlich das Tankvolumen von dem Teil aus? Das wollte ich mir auch mal anschauen, ob es da große Unterschiede gibt. Weil, ähm, bei dem Mähwerk war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass das so viel, also, dass es genau gleich wie hier unser Lexion, ähm, 790 ist. Oder war es 790? 780? 780. Verzeihung. Ähm, ja gut, das Ladevolumen ist etwas größer, aber jetzt auch nicht überragend. Aber vielleicht reicht uns das hier schon. So, und wir können auch, wenn wir hier nicht die Palette zu weit vor uns herschieben, können wir auch direkt hier vorne starten. Hoppala, jetzt ist sie umgefallen. Das war nicht beabsichtigt. Ich muss mal hier beim Händler, glaube ich, aufräumen. Das mache ich mal irgendwann offscreen. Neujahrsprojekt. Ich verschiebe jetzt alles auf Neujahr. Machen wir alles im neuen Jahr. Es gibt viele Leute, die das so machen. So ein Neujahrsvorsatz. Im neuen Jahr werde ich auch ein bisschen vernünftiger fahren. So, jetzt müssen wir hier mal einen Eingang finden. Das ist auch gar nicht so leicht. Ich habe mir jetzt extra keinen Schneidwerkswagen geholt, weil ich dachte, das ist ja hier direkt da vorne. Da brauchen wir jetzt keinen Schneidwerkswagen. Aber vielleicht wäre es doch gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Weil ich denke, die Bäume und so, die haben alle hier Kollision. Ja, da vorne. Da haben wir dann endlich auch unseren Zugang. Also das ist natürlich ganz interessant. Wegen dieser Entwässerungsgräben hier hat man natürlich auch wenige Brücken, wenige Zugänge hier zu den Feldern und muss dann immer das eben abpassen. Also man kann nicht wie bei anderen Feldern einfach zack zack drauf und wieder weg. Das geht nicht, aber das finde ich nicht schlecht. Das macht es noch mal etwas herausfordernder. Ich muss den Drescher noch ausklappen. Und dann können wir damit starten. Aber ich glaube, der Helfer, das soll er gar nicht. Wir wollen, das soll er nicht machen. Ich glaube, da ist es nicht gut. Moment. Kraftstoffdünger, Gülle, Mist. Was ist denn das? Das ist vermutlich unter Dünger, ne? Ja. Der hat nämlich jetzt gerade die Helferbetankung war angeschaltet und ich nehme an, der unterscheidet, das Spiel unterscheidet nicht zwischen Dünger und Pflanzenschutzmittel. So. Können wir hier ein bisschen ernten. Das sieht doch fein aus. Und das, der Tank ist auch gar nicht so flott voll. Oh Leute, die Folge, die ging ja wieder wie im Flug hier vorüber. Ach du liebe Zeit. Viel zu viel zu tun. Es ist halt echt groß, ne? Ich meine, der Ertrag ist natürlich jetzt auch deshalb nicht so riesig, weil hier noch Unkraut drauf ist. Aber ich lasse jetzt hier auch schnell den Helfer drauf. Hier ist es gleich, der Helfer ist jetzt gleich schon fertig. Der braucht noch ein, zwei Bahnen. Dann können wir nämlich in der Zeit, Moment. Ich glaube, der hier ist der Richtige. Können wir in der Zeit nämlich noch ein bisschen Heu aufsammeln. Dann haben wir das auch. Dann haben wir unsere Kühe soweit ready gemacht. Und dann haben die auch ein bisschen mehr zu essen. Und dann können wir guten Gewissens vorspulen zur nächsten Wachstumsstufe. Wenn es dann soweit ist. Ist natürlich jetzt extrem viel, ne? Aber ich hatte, also sinnvoll wäre jetzt eigentlich sich erstmal auf den genau auf das auf das Feld zu konzentrieren, was da geerntet wird gerade. Aber wir haben ja nun mal dieses große Maisprojekt jetzt angekündigt. Ich muss mal überlegen, wie ich das am besten mache. Wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, wie ich das jetzt am besten sortieren soll oder ob ich das Feld jetzt doch nochmal dem Maisprojekt vorziehen soll oder wie ich genau das organisieren soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Werde ich mir auf jeden Fall dann aufmerksam durchlesen und vielleicht habt ihr ja eine gute Idee. Dann werde ich die sicherlich auch gerne berücksichtigen. So, wo war unser Feld? Ich glaube hier vorne, ne? Ja, Feld 21, das war hier vorne das. Hauptsache der Blinker ist wieder gesetzt. Das ist das Allerwichtigste. Na, ich denke, ich werde schon in der nächsten Folge mit dem Mais anfangen. Ich meine, ich habe das Pflanzensterben aus. Das heißt, die Gerste wird nicht schlecht und die können wir ja immer mal wieder abfahren. Ich weiß allerdings auch nicht, ob wir irgendwie ein Hofsilo haben. also, das müsste ich nochmal. Ach, klar haben wir das. Ja, moin. Habe ich ja selbst hinzugefügt. So, Heu wird hier richtig schön aufgeladen. Super, perfekt, hervorragend. Ist auch schon ein bisschen nachgewachsen, das Gras. Das heißt, da können wir jetzt im Prinzip bald schon wieder anfangen. Und das ist auch gar nicht so wenig Ertrag, was wir hier rausbekommen. Ein paar Bahnen und dann ist das Ding voll und dann können wir wieder neu starten. Ich werde es glaube ich noch nicht alles hier wegnehmen. Einfach, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Wobei, eigentlich wäre es schon sinnvoll. Na, wir müssen mal schauen, wie oft wir fahren müssen. Ich werde jetzt hier erstmal drüber heizen und das mitnehmen, was jetzt eben in die erste Fuhre reingeht. Dann müssen wir mal schauen, ob wir unseren Mähdrescher abtanken müssen oder wie das da aussieht. Da wird sicherlich jetzt gleich auch die Meldung kommen. Der ist 80% schon gefüllt. Dann müssen wir mal schauen, dass wir da hin eilen und den abtanken. Ich denke, das werde ich dann auch hier mit dem Johnny machen. Wobei unser Fendt auch noch glaube ich am Feld, am Meisfeld steht. Genau. Und dann geht das hier weiter. Ein bisschen was kann man auch immer stehen lassen. Das ist für Wanderer gedacht, die das hier für ihre Hasenzucht mitnehmen können oder so. Oder wo verwendet man so im Heimbereich Heu? Also Stroh vielleicht zu Ostern oder sowas für Dekorationszwecke. Sonst würde mir tatsächlich nur Hasen einfallen, die so Stroh haben. Aber ich bin ja, ich bin auch kein Tierfachmann. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie man das so, was man mit Heu im Heimbereich machen kann. Schreibt es mir gerne mal rein. Würde mich interessieren. Ich glaube, zu Ostern hatten wir das tatsächlich so im Kindergarten damals oder sowas. Da hatten wir auch so Ostergras fällt mir gerade ein. Das war schön. Aber sonst habe ich selten Heu gemacht. Ja, da haben wir es schon. Äh. Ja. Wir eilen mal hin. Ist sowieso voll jetzt hier. Dann werde ich das mal schnell zu den Kühen direkt bringen und dort auch direkt abladen. Hoppala. Das ist heute ein bisschen Chaosfahrer hier. Äh. So. Und dann heißt es gleich abladen und dann einmal den anderen Anhänger dran und dann abfahren. Leute, wir schaffen das noch nicht mal in der nächsten Folge. Seit Folgen sage ich mittlerweile, ich sage jetzt gar nichts mehr, wann wir das mit dem Mais häckseln anfangen. Äh, weil ich sage, seit einer Woche mittlerweile, in der nächsten Folge machen wir das. In der nächsten Folge wird es was. Immer wieder fällt mir was ein, warum das nicht geht. Aber es wäre dumm gewesen, wenn ich das Gerstenfeld jetzt nicht abgeerntet hätte. So, hier vorne ist ja unser Lager. Ähm, hier vorne können wir das auch direkt abkippen. Ich hätte vielleicht erstmal den Boden abpassen sollen und dann das Objekt hier drauf bauen sollen, weil so ist es jetzt so. Ich konnte ja nicht mehr, ihr wart ja dabei, ich konnte ja nicht mehr den Boden anpassen, hier unter dem Terrain und jetzt ist ausgerechnet unter diesem Sieb. Also da, wo es am wenigsten passt, ist jetzt Gras, was da steht. Ach, Moment, ich wollte es ja direkt. Ja, moin, Ibims1Genie. Äh, ich glaube, das ist auf der anderen Seite, ne? Ich wollte es ja direkt den Kühen zuführen, die mich sicherlich schon ganz hungrig anschauen. Teilweise vielleicht auch noch schlafen. 5 Uhr morgens oder sowas ist ja, glaube ich, typische Melkzeit. Ach ja, und hier müsst ihr ja noch den Radlader kaufen. Mensch, den habe ich auch vergessen, rüber zu transportieren. Ich dachte mir, hast du ja eigentlich alles mitgenommen, so viele Maschinen hattest du ja gar nicht. Und ich dachte mir schon, so verwunderlich, dass du so wenig Maschinen hattest, war es doch wohl ein bisschen sparsam. Ja, muss los, ne? Also, ein bisschen so sparsam war ich dann wohl doch nicht. Tja, muss ich den Radlader noch mal besorgen, aber das können wir vielleicht auch noch mal von dem Kredit machen. Der wird halt echt strapaziert, aber spätestens, wenn wir die Silage verkaufen werden, dann sind wir auch wieder ein reicher Mann. Ich glaube nämlich, das gibt nach wie vor sehr gutes Geld. So, ich lasse den mal gerade hier stehen. Ich räume den jetzt mal nicht ordentlich wieder ein, weil wir den später sowieso wieder brauchen. Zum Heu einfahren und werde stattdessen jetzt mal vor Ort hier zum Kipper fahren und den Kipper werde ich dann am Feldrand stehen lassen. Vielleicht werde ich da mit dem Fent hinfahren oder sowas. Ich denke, ich denke, der kann drei, vier Mal gefüllt werden vom Mähdrescher. Wo ist denn das Feld 2? Da müssen wir im Prinzip genau in diese Richtung. Alles klar. Dann sind wir hier schon auf dem perfekten Weg. Ich finde, die Halle ist richtig gut platziert. Da muss ich mich mal, ich habe ja nicht immer alle richtigen Entscheidungen getroffen, aber bis jetzt gefällt mir der Hof hier ziemlich gut, weil ich das Gefühl habe, dass wir unsere Objekte sehr gut platziert haben. Also finde ich jedenfalls. Der eine oder andere von euch wird mir jetzt vermutlich wieder sprechen und sagen, Ansgar ist totaler Mist, wie du es gemacht hast. Aber ich bin eigentlich ganz happy damit. Die Halle ist auf der einen Seite ganz gut platziert, dann jetzt hier die Kuhweite gefällt mir auch ganz gut. Dazwischen das Silo, was auch irgendwie sinnvoll ist. Da muss man nämlich, wenn man für die Kühe dann später was braucht, nicht so oft hin und her fahren und so. Also ich habe unbewusst, glaube ich, ganz vernünftig das alles gemacht. Helferd wird durch ein Objekt blockiert. Ich glaube, das ist unsere Spritze, die können wir dann zurückgeben. Ich arbeite halt hier in diesem Projekt sehr viel mit Helfern. Das seht ihr ja schon. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ich das in Zukunft handeln soll. Also soll ich da mehr mit Helfern, ich meine den Maishäcksler müssen wir mit Helfern laufen lassen, weil das geht sonst nicht. Soll ich da mehr mit, ah, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Soll ich da mehr mit Helfern machen oder soll ich wieder weniger mit Helfern machen? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Ah, läuft nicht so. Der Wendekreis ist halt ein bisschen eingeschränkt mit dem Hänger. Ah, sorry. Danke für das aufmerksame Stoppen. Mensch, Mensch, Mensch. Heute hat das Lenkrad Saison hier. Das muss hier ordentlich beim Kurbeln helfen. Ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, ne? Also bevor jetzt hier wieder, sobald ich das Lenkrad nämlich erwähne, kommen mindestens, mindestens zwei, drei Fragen in den Kommentaren, die sich danach erkundigen, welches Lenkrad ich denn habe. Das ist schon, bei manchen hat man das Gefühl, ist das schon zum guten Stil geworden, dass einmal gefragt wird in jeder Folge, welches Lenkrad ich habe, wenn ich mit Lenkrad spiele. Ich meine, ich finde das nett und ich kann es auch irgendwo verstehen, aber es ist halt ein bisschen lustig, wenn man die Frage immer wieder gestellt bekommt. Aber ich muss auch zu eurer Verteidigung sagen, ich hatte es lange nicht in der Videobeschreibung verlinkt, weil ich es vergessen hatte und ich auch nicht dachte, dass das so wichtig ist. Aber da so viel danach gefragt wird, habe ich das mittlerweile verlinkt. So, und damit ich jetzt nicht durch die Frucht fahren kann, weil ich nicht weiß, ob ich das ausgeschaltet habe oder eingeschaltet habe, werde ich mit dem Drescher kurz zurückfahren. Und dann haben wir sogar Stroh für die Kür. Na, gibt es denn das? Das ist ja ein Jackpot. Leute, die Farm läuft. Farm like never before. xxl edition. So, einmal stoppen bitte. Ich habe übrigens hier auch die Fähnchen dran gemacht. War zwar ein bisschen teurer, aber ich fand das irgendwie ganz schick. Und ich habe das Bandlaufwerk genommen, weil viele von euch das immer cool finden. Es ist nicht besonders sinnvoll, gebe ich gerne zu, aber viele von euch finden das immer ganz cool und ja, deswegen dachte ich mir, können wir ja mal machen. So, und wenn das dann ready ist, dann, ich glaube, wir machen folgenden Kompromiss. Wir werden in der nächsten Folge keinesfalls richtig starten können mit dem Maisprojekt. Dazu ist einfach noch zu viel zu tun. Dafür müssen die Kühe noch zu viel versorgt werden und so weiter und so fort. Und ich möchte das auch nicht alles offscreen machen. Zum einen kann ich es mir zeitlich jetzt in der Weihnachtszeit nicht leisten, weil wisst ihr ja, ne, habe ich ja schon erzählt. Zum anderen, das ist aber der weitaus wichtigere Punkt, das hätte ich vielleicht auch anders vorbereiten können. Das ist der weitaus wichtigere Punkt, finde ich, wenn ich jetzt das Feld komplett selber fertig mache und auch gespritzt hätte und sowas, dann hätten super viele Arbeitsschritte gefehlt und dann hätten wir zwar unser Maisprojekt super schnell gehabt, aber das wäre halt dann nichts, also das wäre in sich nicht rund gewesen, so und ich weiß nicht, ob das dann so Spaß gemacht hätte anzuschauen, also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht. Also man kann immer bis zu einem gewissen Grad kann man immer Sachen offscreen machen, zum Beispiel fertig ansehen oder sowas. Das geht immer, aber das hat, glaube ich, auch Grenzen. So. Oh, das staubt ja vielleicht. Man, 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 doch. Hätte ich nicht durchlaufen sollen. Dann lassen wir den mal hier stehen und jetzt ist die Frage, ich glaube, ich mache es jetzt erstmal so, dass ich hier in den hier, ah, ja moin. Ist der komplett durch? Ne, ne? Eine müsste er noch. Ich glaube, das war es wieder komplett. Hat er gut gemacht, wie er das hier gemanagt hat. Herzlichen Glückwunsch für diese Meisterleistung. Muss man dem Helfer noch beibringen. Aber es ist halt auch was anderes, wenn man dann später Feldrandkurse hat und sowas, dann kann man da auch die schon mal, wenn die nicht sowieso automatisch schon etwas enger erkannt werden, dann kann man die vielleicht, ähm, mit Cosplay, ich mache die Bahn jetzt nochmal selber, dann ist das einigermaßen rund, dann kann man die mit Cosplay ja selbst einfahren und kann die dann ein bisschen enger einfahren und dann kann man auch verhindern, dass die da immer in den Graben fahren, äh, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Oh, das ist ja, oh, Leute, was gibt es Schöneres, als hier am Sonnenaufgang auf die See zu gucken, auf das Meer zu gucken. Ich nehme an, es ist die Nordsee, ich weiß es aber natürlich nicht, denn ich weiß nicht, äh, auf welcher Seite die Nordfriesische Marsch gebaut ist, auf welcher, oder in welcher Himmelsrichtung oder welche Gegend das darstellen soll hier. So, und wenn wir dann fertig sind, dann sind wir fertig. Ach ja, ich glaube, das ist auch die letzte XXL-Farm-Folge vermutlich im letzten Jahr, oder die vorletzte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, äh, auskommt. Aber auf jeden Fall ist es eine der letzten Folgen. Und ich muss mich an der Stelle, das möchte ich jetzt am Ende der Folge einfach nochmal machen, einfach bei euch bedanken für ein extrem krasses Jahr 2018. Es kommt mir so vor, als wären wir gerade erst gestartet. Und ich, wenn ich immer, wenn ich dran denke, was ich in diesem Jahr alles gemacht habe, ähm, dann rattert das durch, durch den Kopf durch. Es war eine ganze Menge. Und, ähm, ich weiß nicht, in welcher Zeit ich das teilweise geschafft habe. Äh, denn das war das Hauptproblem 2018. 2018, ich habe für nichts Zeit gehabt, für gar nichts. Nicht für den Kanal genügend Zeit, im Privatleben nicht genügend Zeit, die Uni nicht genügend Zeit, nie hatte ich genügend Zeit. Das war ein großes Problem, aber es war ein extrem heftiges Jahr. Ich konnte Dinge machen, ähm, die man als Normalsterblicher vermutlich nicht so ganz machen kann. Ich konnte auf einem Feuerwehrwagen mitfahren. Bei einem Einsatz, wohlgemerkt, konnte ich mit Blaulicht, äh, in dem Feuerwehr, also, da saß ich dann drin. Ich bin natürlich nicht selbst gefahren, aber ich saß mit da drin. Wir konnten mit Blaulicht durch die Gegend fahren. Ich konnte mir alle möglichen Stationen einer, äh, Straßenbahn Werkstatt, beziehungsweise eines Straßenbahnbetriebs anschauen. Und, ähm, konnte mir die Bahn von, aus Perspektiven angucken, die man so im Alltag auch nicht kennenlernt. Und durfte auch mal eine Leitstelle sehen. Und durfte beim Verkehrsmeister mitfahren und so. Also, das, auch das, ein interessanter Einblick. Viele von euch habe ich auf der Farmcon getroffen. Viele von euch treffe ich in Bus und Bahn. Äh, dann heißt es immer, bist du nicht der, sind sie nicht der, ja, oft wird gesiezt. Sind sie nicht der Herr von Nordrind4Play oder sind sie nicht der Ansgar von Nordrind4Play? Und dann heißt es immer, jo, der bin ich. Und dann springen wir zusammen in den Graben. Ne, dann, äh, machen wir ein Foto oder sowas. Freut mich auch immer total. Ähm, ist auch, haben es jetzt, äh, nur nette Menschen von euch gekragt. Also, es war nie irgendwie unangenehm oder sowas. Ähm, deswegen auch dafür herzlichen Dank. Das finde ich auch mal cool, euch dann persönlich kennenzulernen. Auf einer Farmcon, auf einer Gamescom oder beim Aerosoft-Sommerfest war ich ja auch. Wo war ich noch? Beim Tag der offenen Tür in Mühlheim. Hä, da, äh, hä, ja, das war auch ganz witzig. Aber das kann ich ein anderes Mal erzählen. Aber dieses Jahr war unfassbar krass. Also, ja, ich, ähm, blicke da tatsächlich sehr, sehr froh, sehr, sehr stolz drauf. Äh, es war aber auch nicht alles perfekt. Das ist mir durchaus bewusst. Und das wäre aber auch total langweilig. Im Jahr 2019 werde ich vieles, glaube ich, ein bisschen besser machen. Und wenn ich das alles ein bisschen besser hinbekomme, dann ist das, glaube ich, äh, ja, insgesamt noch eine schönere Sache. So. Und da muss ich jetzt noch hier das Fahrzeug abgeben. Ach komm, ich überhole den jetzt mal. Also diese, diese lahme Krücke hier kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ach, wir können den, das macht ja überhaupt keinen Unterschied, ob wir den jetzt so zurückfahren oder ob wir sagen, wir machen das hier rüber. Zurückgeben. Jo. Okay. Ähm, das geht nämlich wesentlich schneller. So. Und damit sind wir am Ende einer XXL-Folge auf der XXL-Farm angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch hat es hoffentlich auch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.